Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Bis jetzt Wir sind das Tiger-Team Wir lösen die schwierigsten Fälle Wir sind super stark Entschuldigung Was ist das denn? Drei versteckte Schlüssel Ähnliche Drachen tauchten immer wieder im Zusammenhang mit dem Mythos vom Mondscheinpalast auf Der Drache ist ein Schlüssel? Ein geheimnisvoller Bund Ganze Heerscharen haben schon versucht in den Palast einzudringen Vergeblich Ein magisches Elixier Wer es besitzt, kann zum mächtigsten Herrscher der Welt werden Ein Wettlauf gegen die Zeit Der dritte Schlüssel ist irgendwo auf der großen Mauer versteckt Dann bring ihn mir! Das ist es! Die Linien kreuzen sich genau da Auf der großen chinesischen Mauer Wow! Da hinten zu dem Turm müssen wir Da ist der nächste Schlüssel Hey, das ist doch nicht Ihre Mauer Ich glaube, ich muss kurz heiraten Nicht schlecht Und somit steht es eins zu eins Ich zieh dich rauf! Es könnten Längen und Breiten gerade sein Hier ist das Hasta la vista, Baby Ist alles okay? Logisch Alle Deckung! Das Tiger-Team Der Berg der tausend Drachen 2010 ist das Jahr des Tigers Demnächst im Kino rim Wentz . Im Kino Im Kino Immer lire Demnächst im Kino 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 Untertitelung des ZDF, 2020